Hallo Batman! Ich weiß, dass du mich hörst. Hoffentlich habe ich keinen schlechten Zeitpunkt erwischt. Ich hatte solche Angst davor, dass du mich vergessen könntest. Sieh dir mal deine Freundin an. Wie du sehen kannst, läuft sie Gefahr, ihr hübsches kleines Gehirn überall auf dieser Kamera zu verteilen. Ignorier ihn, Liebster. Lass ihn sterben. Ah, wie romantisch. Das Blöde daran ist nur, dass es mir nie besser ging und du mich einfach nicht ignorieren kannst. Oder doch? Hör zu Batman, ich stelle für dich eine kleine Show auf die Beine. Das wird der absolute Hammer. Ein echter Straßenfeger. Du solltest dich aber beeilen. Lässt du dir zu viel Zeit, liegt die Hauptdarstellerin nachher noch tot in ihrer Umkleidekabine. Okay, neues Hauptmissionsziel. Nimm Joker das Heilmittel ab und verhindere, dass er unsterblich wird. Ja, das klingt am guten Plan. Alle Flugeinheiten sofort umkehren, Angriffe abbrechen und sofort zur Basis zurückkehren. Wiederhole, sofort zur Basis zurückkehren. Ja, ganz kurz. Das ging jetzt... Ich war kurz vorm Aufgeben und das ging jetzt irgendwie ratzifatzi. Irgendwie war der Code dann richtig und ja, den Rest habt ihr gesehen und ja, dann machen wir halt weiter, ne? Yippie! Schubidu! So, welche Richtung? Diese Richtung. Na? Na? Uiuiuiui. Wo steckst du, Batman? Bin unterwegs. Uuuh! Oh, 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 oh! Wir sehen uns bald! Bis dann! Alter! Wie viele sind das? Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Das schaffst du ja nie im Leben! Okay. Hm. Solltest du nicht eigentlich stehen und versuchen, mich aufzuhalten? Na ja, schauen wir mal. Ähm, werden wir schon irgendwie hinkriegen. Hä? Was denn jetzt passiert? Hab doch wiederholen gedrückt. Na ja. Okay, Ra's al Ghul war die Macht hinter Yugo Strange. Dieser ganze Ort war Teil seines Plans. Ich will Batman! Ja, Joker kann ich nicht gut nachmachen. Ich hab sowieso die ganze Zeit einen Frosch im Hals. So. Alles klar. So, Achtung, senden aktiviert. Alle Flugeinheiten sofort umkehren. Angriffe abbrechen und sofort zur Basis zurückkehren. Wiederhole, sofort zur Basis zurückkehren. Das sind mir definitiv zu viele Scharfschützen. Das ist einfach nur unhöflich, Batman. Ich hab im Kino so ein tolles Programm für dich zusammengestellt und du kommst nicht einmal. Ich bin unterwegs. Bleib mal logge. Boah, ich geh direkt los. Wir sehen uns bald. Bis dann. Boah. Du kommst auch nicht mehr raus da. Keine Chance. Okay. Wir lassen die Sniper jetzt einfach mal in Ruhe. Und versuchen... Solltest du nicht eigentlich stehen und versuchen, mich aufzuhalten? Ja, eigentlich schon. Und versuchen, da unbemerkt durchzukommen. Ach, der steht auf verlassen. Jetzt sehe ich das erst. Warum? Naja, Wumpe. Wenn ich wiederholen gedrückt hätte, wirst du auch nicht schneller laden. Ja, ja, komm. Was sagt denn die Uhr? 50 Minuten schon. Okay. Da ziehen wir aber jetzt durch, oder? Ja, mal gucken. Wie viel Flog-Einheim... Frustmomente hier noch auftauchen. ...abbrechen und sofort zur Basis zurückkehren. Wiederhole, sofort zur Basis zurückkehren. So... Versuchen wir es mal hier lang. Wo steckst du, Batman? Ich hab deine Karte für die Premiere hier in meiner Tasche. Gleich hier, neben dem Klebeball und der Kneippsfamme. Ja, ist okay. So, als nächstes schnappen wir uns den da. Auch wieder schön sachte. Keine unnötigen Laute. Wir haben ja Zeit. Okay, ich glaube, wenn wir die wirklich alle heimlich erledigen, müsste es funktionieren. Nein, 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 nicht draufspringen. Genauso. Zack. Schlaf schön. Wieso lässt du dir so lange Zeit, Batman? Oh, Sekunde. Ich verstehe. Du willst, dass ich diese nervige Frau ausle... Oh. Wir sehen uns bald. Bis dann. Ich glaube... Wir haben noch mal Glück gehabt. Deine Herzensdame wartet. Was, meine Herzensdame? Hallo, Batman. Du kannst mich hören, oder? Es ist so, du scheinst nicht ins Kino zu kommen. Und es würde mir gar nicht gefallen, wenn du dir im Internet wieder einen Streuer durchziehst. Lauf, 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 lauf. Oh, das gibt's ja. Aber auf die Matratze. Das passt doch. Solltest du nicht eigentlich stehen und versuchen, mich aufzuhalten? Soll das... Kann das wirklich das... Achso, jetzt wiederholen. Kann das wirklich das Anliegen sein, die... die ganze Sniper auszuschalten? Nee, ne? Ja, wir versuchen es jetzt mal auf einem kürzeren Weg. Ja, komm. Genug gescannt. Los geht das. Alle Flugeinheiten sofort umkehren. Angriffe abbrechen und sofort zur Basis zurückkehren. Wiederhole, sofort zur Basis zurückkehren. So, wir waren... Wie? Da hoch? Oh, das gibt's doch nicht. Mann. So, haben wir sie jetzt abgeschüttelt? Ja. Wo steckst du, Batman? Ich hab deine Karte für die Premiere hier in meiner Tasche. Gleich hier, neben dem Klebeband und der Kneippsfache. So, jetzt versuchen wir dasselbe noch mal richtig. So, schlafen gehen. So, wo? Oh, du schläfst jetzt schön. So, mach die Tür auf. Oh, du schläfst jetzt nicht in den Tino zu kommen. Und es würde mir gar nicht gefallen, wenn du dir im Internet wieder all die Spoiler durchliest. So, mach die Tür auf. Nein. Super, ich muss tatsächlich... Geht die Tür erst auf, wenn ich die ganze Sniper erledigt habe? Das ist... Nee, ne? Komm, ab in die Ecke da. Hier dürfte Ruhe sein. Uch, der steht noch. Aufstehen, Batman! Hey, du siehst gar nicht gut aus. Kleiner Pisser, wieso stehst du schon wieder auf verlassen? Wiederholen. Stand das die ganze Zeit immer? Standardmäßig auf verlassen? Nö, ne? Hätte ja sein können. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu blöd. So. Konzentration jetzt hier. Alle Flugeinheiten sofort umkehren. Angriffe abbrechen und sofort zur Basis zurückkehren. Wiederhole, sofort zur Basis zurückkehren. So, Dillee. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Die zeigen ja alle in die gleiche Richtung vorerst. Wo steckst du, Batman? Unterwegs, Joker. Ich habe noch ein bisschen was zu tun vorher. Aber ich bringe Bier mit. Kannst du ein Stück weiter nach vorne gehen? Das wäre toll. Danke. Nein, kein Sprungangriff. Das ist die große Präzieren-Nach-Batman. Wurdest du aufgehalten? So. Eins. Schwing deine schüttelten, kleinen Hintern ins Kino. Zu fahrt! Schwing deine schüttelten, kleinen Hintern ins Kino. Schwing deine schüttelten, kleinen Hintern ins Kino. So, ich würde sagen, Dillee als nächstes. Wurdest du hier so lange Zeit, Batman? Oh, Sekunde. Ich verstehe. Du willst, dass ich diese nervige Frau ausknipse, stimmt? Hahaha. Ich meine, sie darf schon ein bisschen mit erlernen. Ich bin die große Bla 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 Hokus Pokus. Also schön, ich tue es. Aber du schuldest mir was, okay? So, bleib mal geschmeidig. Ich bin ja auf dem Weg, mehr oder weniger. Ups. Oh, ich hatte es keiner gehört. Blöd. Oh, so ein Zwischenspeicher-Checkpoint-Gedöns wäre jetzt ganz klasse. So, was haben wir denn hier noch? Eins, zwei. Oh, viel zu viele. In der Richtung haben wir alle? Oh, vielleicht hör ich mal. Oh, vielleicht oder? Ich hatte es ja einen W Troy nomizierte. Ich hatte es das neue W Ak machst. Hey. Oh, ich war es ja. Vielen Dank.